Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kommunikation am frühen Morgen ist das Letzte Ich kann überhaupt nicht sprechen morgens Ich glaube, dass ich deswegen auch nie wieder in einem Büro arbeiten könnte Weil ich dann ja schon morgens mit anderen kommunizieren müsste Und das würde mir sehr schwer fallen inzwischen